So, let's go ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu... Hey, oh, es rollt, es rollt, es rollt. Wie jetzt? Unnötig. So, benutzen. Haben wir noch was? Komm, das benutzen wir auch gleich, dann sind wir. Cool, ja, gut. Ha, okay. So, wo müssen wir hin? Na, ha, da müssen wir hin. Gut. Gut, äh, was ist das? Die Unterkünft... Oh, oh. Oh, das ist nicht gut, äh. Dem trau ich nicht. Ich trau ihm nicht. So. Ich trau hier niemanden mehr. Oh, nein, das ist nicht gut. Wenn ich hier reingehe, werde ich sterben. Ja, ich denke, hier wird was passieren. Ja, hier wird was passieren. Ganz offensichtlich. Oh, mein Gott. Oh, das ist nicht cool. Er wird alle sterben. Er wird alle sterben. Oh, guckt euch den an. Sterb. So. War doch gar nicht mal so schwer... Oh, oh. Es hat doch nicht aufgehört. Oh, nein. Da war noch so ein Viech. Oh, oh. Hat sich nicht gut angehört. Oh, ey, 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 ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nein, 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 nein Nein, nein, nein. Es hat geleckt. Unfair, unfair. Oh ja. Nein, nein, nein. Okay, 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 okay. Oh, oh. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. So. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So. War's das? Oder? Nein, da ist noch einer. Noch. So. Oh ja. Gut. Zu gütig. Zu gütig. Ich hab schon gedacht, ich werde hier sterben. Naja. Nur gedacht. Oh Mann, ey. Hier sind viele Leute draufgegangen. Wenn ich das jetzt mal so so sagen darf. Ja, ich darf das sagen. Ich darf das sagen. Ist hier noch irgendwas? Außer... Moment, da ist noch eine Tür. Ah, da ist noch eine Tür. Gut. Türen sind immer cool. Türen sind immer was Feines. So. Wo auch immer die hinführt. Wir gehen hin. Und wir haben gesehen. Sie führt nirgends heute. Gut. Das ist doch schön. Komm her. Ja, da hier. Iiii. Nein, 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 nein. Das ganze Viech soll kommen. Ja, das ist echt. Widerlich. Widerlich. Ist da drin irgendwo etwas? Nicht, oder? Ich geh mal nicht davon aus. Kann doch. Ja, braucht es sein, dass da irgendwas drin ist. Da drin. Hier. Oh, 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 oh. So. Oh, ein Shop. Oh ja. Ein Shop ist immer cool. Shops sind immer was Feines. Jihau. Cool. Oh, ein Audio-Log. Ein Text-Log. Von Chief of Staff. Earth Defense. Die CEC Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Nein. Sie sollen einen Marker 3a geborgen haben. Special Ops hat System bestätigt, konnte aber keine Planeten... Wäre eine Infektion durch tödlichen Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Ach, die wissen das schon. Setzen sie den Schock an. Gehen sie das... Oh mein Gott. Ach so, die wussten das schon alle. Das ist alles schon so voll old school hier, oder? Mhm, genau. So. 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 Großes Ding, ne? Iiii. Halbleiter Gold. Verkauft. Mittel. Verkauft. 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 Hm, ich hab 30.000. Kröten, ne? Damit könnte ich mir zwei Knötchen kaufen, ne? Das ist ziemlich cool, das. Kaufe ich mal, oder? Ist gebombt. Ja, ist gebombt. Ist gebombt. So. Gut. Dann schauen wir mal. Wie viel Invertabelschättsfrei? Uh, genug. Genug. Was ist das? Ausgang. Bitte komplette Ausrüstung überprüfen. Ach, du schon wieder. Soll ich dich von deinem Leiter lösen? Sollen wir von Simson seinem Leiter lösen? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie unmenschlich so ein bisschen. Aber. Oh, oh. Na, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Null. Null, 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 null. Oh, 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 oh mein Gott. Das ist nicht gut angehört. Oh, das ist gar nicht gut. Und da ist ein Viech. Ich weiß es. Oh nein, das ist gut. Hm. Ja. Oh je, oh je, oh je. Speichern wir lieber ab. Abspeichern ist immer. Ihr wisst. Speichern ist immer was Gutes. Ähm, ja. So. So, da la. Okay, dann speichern wir mal ab. Oh man, das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Schon wieder so ein Stase-Ding, ey. Gein, sie benutzt sie, hixi. Maschinenraum. Was? Oh mein Gott. Hey, hey. Äh, da war so ein Typ. Cool, da war ein Typ. Maschinenraum, Warnung. Extremes Strahlungs-Lag registriert. Ja, ich glaube, ich sehe es. Oder ich kriege es mit. Ich glaube, ich kriege es mit, ja. Stirb. Gut. Brav. Komm mal. Na, irgendwie gefällt mir das gar nicht. Der Typ, der dahinter gelaufen ist. Äh, irgendwie, ich habe kein Vertrauen in dem mehr. Ich habe kein Vertrauen mehr in dem. Ist hier irgendwas? Irgendwo ist? Nö. Hm. Komisch. Ich hatte das Gefühl gehabt, hier wäre irgendwas gewesen. Aber anscheinend habe ich mich... Oh, guckt euch mal das an. Das habe ich voll übersehen. Wow. Das ist natürlich schon... Joa. So, okay. Was ist hier? Randbefugnis erforderlich. Mann. Okay. Das ist sehr abgespaced. Krass. Okay. So. Dann. Oh. Aufzug fahren. Okay. Wo geht es hin? Es geht hoch. Oh je. Oh je. Oh je. Das ist nicht gut. Kann ich sterben noch? Ah. Okay. Ach, ich kann mich da hinterher verstecken. Kann ich mich da hinterher verstecken? Ich weiß gar nicht ausprobieren, verdammt. Oh. Mann. Ich glaube, ich kann mich da hinterher verstecken, ja. Ich glaube, ich kann mich fast da hinterher verstecken. Das ist halt die Frage. Äh. Was soll ich tun? Was muss ich tun? Äh. Muss ich hier hin vielleicht? Oh. Wohl nicht. Ich bin wohl ganz schön krass am sterben. Ach, ich hätte einfach nur hingehen müssen. Oh nein, doch nicht. Oh. Das ist nicht gut. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Hey, ich habe Minipack genommen. Ich habe noch ein Minipack genommen. Ich habe noch eins genommen. Hm. Bin tot. Cool. Ist ja... Nein, 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 nein! Das war wichtige Munition. So. Kann mir jetzt mal jemand sagen? Aha. Okay. Gut. So. Und was? Was mich jetzt macht... Oh. Oh. Ich verstehe. Oh. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Okay. So. 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 Okay, okay, okay. So. Nein. Hä? Moment amoi. Jetzt. Moment amoi. Da ist doch irgendwas. Lauf, 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 lauf. Okay. Hä? Ich brauche schon wieder meine Zeit. Nein, 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 nein. He, 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 he. Oh, je, 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 je. Okay. Ja. War das gut? War das schlecht? Kann mir jemand sagen, ob ich jetzt irgendwas Gutes gemacht habe? Hä? Interessant. Ach, ich kann damit vorwärts gehen. Ach, kann mir das mal jemand sagen? Mann. Das wäre echt angebracht, wenn ich mir das sagen würde. Los. Ach so. Hey, 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 hey. Wieso, wieso, wieso? Wieso werde ich angeröstet? Wieso werde ich geröstet? Wieso werde ich geröstet? Ist jetzt die Seite komplett am... Hinüber? Oh, Mann. Halleluja. Okay. Lauf, 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 lauf. Okay, ich glaube, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, ey? Also. Okay. Prost. Bleibst du? Hier. Okay. Nein, 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 nein. Sag mal. Könntest du aufhören? Nicht anzurösten. Mann. Güte. Ganz ehrlich. Okay. 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 Ist jetzt alles hinüber. Kann ich jetzt nehmen. Ah, gut. Ja. Oh, 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 nicht gut. Oh, das war nicht gut. Heiliger, 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 Heiliger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Nicht gut, nicht gut. Oh mein Gott. Was? Was? Oh mein Gott, du hast ihn. Ich hab ihn. Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum True Deck. Okay. Muss ich hier rein? Ich muss wohl hier rein. Gut. Okay. Los, nimm auf. Kommen da jetzt irgendwelche Viecher? Nicht, oder? Nein, gut. Wow. Ganz ruhig. Ich würde trotzdem immer noch gerne, auch wenn es flambiert ist, flambierte Munition. So, komm, komm, komm. Gut. Oh Mann, oh Mann. Oh. Oh, hier kommen bestimmt irgendwelche Monster. Ich rieche es. Oh, auch wenn dir alles in die Luft geht, ist irgendwas cooles. Äh. Wo muss ich nennen? Oh, einfach geradeausgut. Mach geradeausgut. Ist irgendwas. Heiliger. Heiliger. Hey. Was? Ja? Ich hab versucht, Sie anzupassen, aber mein Grund war aus. Sie haben den Singularitätskern. Ja? Es ist total zuvor aus. Okay. Oh, los. Wie wär's mit Schießen? Oh mein Gott. Ach du meine Bitte. Oh. 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 Nein. Oh. Das ist gar nicht cool. Oh. Okay. Er ist tot. Oh mein Gott. Oh je. Alles klar. Ha. Hey. Stirb. Okay. So. Du bist nicht tot, Mann. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Sag ich doch. Oh, das ist nicht gut. Hey, hey, hey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist nicht gut. Nicht gut. Oh mein Gott. Okay, okay. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Okay, wer ist mit Sterben? Bist du tot? Er ist tot. Bist du... Er ist echt tot. Er ist echt tot. Und was hast du fallen gelassen? Ein Diamantenhalbleiter. Ich habe sämtliche Vital-Signale von Clement verloren. Ja. Ist er tot? Ähm. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Ich bin nur noch unser ein Deck. Ich weiß leider... Also das war seine Waffe. Und seinen Körper. Ach, da ist sein Körper. Er ist weg. Ja, er ist leider tot. Okay. Nein, nein, nein. Sorry. Ich kann ihn mitholen. Okay, ich hole ihn mit. Ich hole ihn mit. Okay. Das ist doch schon mal ein Angebot. Okay. Da. Wo muss ich denn jetzt hin? Natürlich muss ich da hin. Ach, wisst du was? Ähm. Check. Keine Ahnung. Ich muss jetzt laufen. Achtung. Kritisches Versagen der Treibstoffeinigung. Sofortige Akunierung. Okay. Wir laufen jetzt einfach nur. Wir laufen einfach nur. Okay. Gut. We are running. Running, 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 running. Was? Achtung. Kritisches Versagen der Treibstoffeinigung. Ja, 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 ja. So. Ach so. Okay, so. Mann. Oh, Mann. Wo sind wir verdammt nochmal? Autsch. Da hinten ist ne, ist ne Speicherpunkt. Da müssen wir jetzt hinlaufen. Müssen wir jetzt hinlaufen. Los. Los. Schneller. Gut. Ja, 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 ja. Aha. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hab's euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Dead Space dabei seid. Ähm, mein Name ist, nein, mein, doch, also mein Name ist schon Ben, aber, ja. Mein Name ist Ben und ich sage für Dead Space für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi.